ich will endlich den Schwarm oder sowas haben welches ist das? Nomad oder was? äh wie heißen der? doch Nomad Reeper ist der Reiniger da ne? ne der heißt Reiniger achso würde mir gar nicht angezeigt doch nicht Nomad ne der Reiniger doch der ist ganz hinten der ist Firebreak Firebreak ist das mit dem Feuer ist doch Reiniger oder nicht bei mir? Firebreak hast du bei mir? nein ach die Waffe ist der Reiniger ja ne nur nach dem Spiel höre ich mal für eine Runde auf warum? kannste ich machen für Jonas wird achso ja gut das ist ein Argument Mission ist gestartet ach die Karte ist das ja das ist cool geht so oder so viele Campmöglichkeiten das stimmt da kommen sie schon ich hab einen getötet schon ich auch und mein dritter und ich wurde schon getötet und ich hab einen getötet yeah wollte ich aber haben so nein oben im Fenster ja habe ich schon ich hab ihn eher niedrigt das ist Kirchenfenster war einer von hinten wurde ich erschossen an der Tür Tür Treppe Tür Tür Treppe ach fuck mir ne Waffe streut einfach viel zu viel ja klar ey ach ist klar man nein ich hab den Sprung nicht geschafft ich bin in die Tiefe gefallen genau da wo du grad bist hinter uns Dennis ach ja klar der hat mich hingeholt ey an diesem Loch ist einer da in der Mauer hat das Loch ist einer am Campen oh ey ich verstehe das nicht ach ey die ganze Zeit kommt da keiner tach blöd man auch wieder shit von hinten oh komm der pannter dann her oh komm der pannter dann her ja hallo klar ach komm der pannter dann her ach komm der pannter dann her ist er wieder mit seinem Flammenwerfer unterwegs ja ich war auch unterwegs ja ich war auch unterwegs ey es sind wieder nur Camper missgeburten da ne ach ja klar ach ja klar ja klar oder oder ist ihm gesprengt worden Ich finde keine Gegner mehr, ich weiß auch nicht Aber da sind zwei in der Kirche Dann werde ich mir die überholen Einen hab ich erwischt, aber da ist noch einer drin Ach der ist oben im anderen Benz Nein Und ich bin drin Ach ist klar Es gibt nichts schlimmeres als halbtot durch die Gegend zu laufen Ach klar man Geht's in die Kirche? Nee Okay dann geh ich nämlich Ach der Blade ist hier Ach da am Fenster ist einer Ich dachte er hätte den am Fenster erwischt Wo ist denn noch einer in dem Haus oder was? Ja Ach Gott Ja toll Gehst du denn vor mich, ey? Wo zuerst da? Nee Gehst du da jetzt zum Haus hin oder? Naja ich geh jetzt zum Haus rüber Ach der Cambrader auf dem kleinen Hügel Ach der Cambrader auf dem kleinen Hügel Im hinteren Ach Yes Gott sei Dank vorbei Blödmann Er gewischt Blödmann Wo ist das Werbebanner da unten hängen Wo? Bei dir die Flagge Achso Die Twitch Es blinkt bei mir sogar Wieso blinken das? Wird doch wahrscheinlich eher ein Anzeigefehler sein Ich glaub auch So wär mir neu dass es blinkt Achso ich wollte ja noch eine Pause machen, ne? Ja wolltest du Mal grad gucken Boah ich muss endlich 46 werden, ne? So, ist gleich So, jetzt Okay. Gott... Machen die schon wieder die... Uh! Kratz! Prestige AR2... Ich glaub ich bin rausgeflogen! Hä? Ich glaub ich bin rausgeflogen! Du bist da dran? Ich hab'n Black Screen! Oh, Zeitüberschreitung! Hä? Äh... Warte, lass mich kurz Level 2 machen, dann komm ich raus! Aber wie kann das denn seit Zeitüberschreitung? Ich hab' die Waffe doch schon längst ausgewählt gehabt! Ist doch... Ich schau' mir in der Zeit ein Bier! Bis gleich! Jo! Oh! Gott! Moment... Ich bin schon auf den her bacon... IchACH kühe... Das mag ich früher und sch하겠습니다. just abs Fluchtно... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss gerade was gucken. Ihr dürft mir joinen. Es sei euch erlaubt. Richtig. So, wir joinen noch. Wer ist noch dabei? Niemand. Gib Gas. Kannste haben. Hardcore. Hildebrandt Fabian. War es da schief? Der war eben auch schon da. War es da schrubb? Black Wankster spielt. Nein. Was denn? Ich wollte, dass ich Spezialisten wechseln will. Fuck. Alle Kontakte als feindlich betrachten. Doch, ist klar, Mann. Da war es. Das war's für heute. Otto. Ach, von wo, ey? Ich sehe überhaupt nichts ohne das Visier, ey. Ach so, hast ja keins mehr, ne? Ernsthaft, ich stehe am Fenster!